Archibald... Ah, jetzt ist gut. Alles klar. Möchtest du die noch sortieren? Wir kommen für die... Wiederholung haben wir auch richtig. Genau, also wir haben... In der Charlie kommen die Lights und in die Bravo die Medium. Die anderen sind bis jetzt nur 6, wir sollten aber 8 gegen 8 spielen, oder? Ja, das kommt dann schon noch. Und dann in die Bravo... Gut, bevor die 8 sind, geh ich kurz zur Toilette. Ja, alles in lustiges Zeichen drin. Lustiges Zeichen. Ja, und ich hab das böse Clana Zeichen. Ich hatte auch überlegt, dass ich das nehm. Ich hab die ja von 3. Äh, dieses FDR Zeichen, was ist das? FDR? Oder dich rein. Ja, das ist, ähm... Ach Gott. Das heißt nicht übersetzt. Das ist halt ein Badge. Das soll man ein bisschen abschalten. Ja, für die gekauften Pakete. Da muss man da so ein Badge dran packen. Ja... Ja... Das ist der selbe. FDN heißt Faction wahrscheinlich. Mhm. FDN ist Faction, ja... Wussten sind mir die Jungs noch nicht über den Weg gelaufen. Nee. Hm. Boah, hab ich schon nen Ziel gesehen. Megash war als einziger, glaub ich. Also ich verstehe nicht, wie man Liga ausspielen kann. Ach, doch. Ich verstehe das sehr gut. Ja. Mieter Art 1, Megash. Ja. Jeroiden Meck auch. Jerome D hab ich auch schon ein paar Mal gesehen. Gory nicht, oder wie das heißt auch. Ray, den hab ich noch nie gesehen. Alter, ich treffe gleich gar nichts. Was los? Ja. Bin voll nervös. Spiel doch im Fußball. Ja, ein Toner. Ist das beim Fußball, wenn du erstmal spielst? Dann geht. Ist das dann gut oder schlecht? Nee, dann geht. Ja, dann ist er. Bin ich beruhigt. Da, sie sind acht. Ganz beruhig. Haben wir auch Cameron vom Podcom. Okay. Oh, die haben sich aufgeteilt auf drei Spots. Ja, das wären die Charlie. Dann bestimmt die Lights sein. Ja. Die beiden Außenlandse sind bestimmt die Lights. Wir sollen gucken, von wo wir kommen auf der Russian. Ja, also Alpha ist hier in der... Nee. Bravo ist er da bitte auch bei ihnen. Passt. Los geht her. Okay. Konzentration. Konzentration. Wenn es einen Disconnect gibt, dann wird es still gestanden. Na dann eigentlich nimmer. Alles klar, sammeln CSR3. Etwas nach oben. Scouts aufklären, bitte. Okay. Erster Kontakt, Raven. Haken. Haken, Maschinen, Guns und SRM. UAV gesetzt über D3. Roger. Dann zurückfallen auf CSR2, bitte. Die Medium sind da. Ja, Stormcrow und noch irgendwas. Roger, Stormcrow bestätigt. Vorhin, das B3. Die Medium sind jetzt zwischen B3 und C3. Roger, Position halten. Auch den Highground beibehalten. Richtung Bravo 2 orientieren. Hinter der... UAV oben. Roger. Oder hinten. Ja, ist egal. Die ist zu weit. Das ist egal. Aber zu weit weg. Bitte nicht auf die UAV schießen. Roger. 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 Zurückfallen. CSR2 nach hinten. CSR2 nach hinten. CSR2 nach hinten. CSR, prime target CSR. Gryffin. 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 CSR2 nach hinten. 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 Ich bin gelaget Roger, Stormcrow, bravo! Ich bin down Ich bin auch down Fuck Mist Ne, jetzt mal nicht stehen bleiben vielleicht Ja Okay, ich glaub die anderen sollten wir dann langsam auch schon mal Fight gehen Genau Ja Wenn sie nicht spielen gucken dann können sie selbstständig Genau, und dann ist jetzt Strimson Crate Achso Dann müssen wir jetzt den Sch... Sehr schön Für mich war Schorsch da, ne? Genau, Schorsch kommt jetzt rein Und sonst müsste eigentlich... Ne... Heyo Bin ich im zweiten nicht drin Ähm... Nö... Nein, im zweiten hast du keinen Wechselimperator Dann geh ich mal raus User joined your channel So, Schorsch du bist schon da, perfekt Welchen hatte ich im zweiten? Äh, wir haben den Rudel im Raven 3L Den Daniel im Firesaat S Den Batjan in der Stormcrow Den Modgruder im Gridiron Den Cameron im Gridiron Muff im Enforce mit Nuakas Schorsch im Timber Und Thesamon im Hellbringer Jupp Hellbringer wurde grad fertig gemacht Äh, ich brauch nur noch ein Invite Ja, ist unterwegs Ich auch bitte wieder Invite to Lobby Und das war Thesamon Genau, oder? Ja Ist auch raus Ok, ähm... Karte nicht versauen Ok, wir nehmen... Bravo die Mediums Und, und, und... Das war Charlie Die etwas leichteren User joined your channel Sorry Jungs Euch... Eure Gespräche hört man grad im Twitch drin Ja Solltet ihr vielleicht Gespräche Bisschen, äh... Einfrieren Dass es nicht alle mithören Der Feind hört mit, oder ich weiß es nicht Ja, aber... Ja, aber... Jemand anders hat es grad im Twitch-TS Oder Chat geschrieben Ich kann's mal versuchen Gerade lassen wir auf das Gameconsolieren Wenn es anders ansehen Ja, ja, scheiß drauf Achso... Gut, dann werden wir ready Ähm... Cameron, du auch noch Stunk Ah... Danke Ok, alle nochmal die Wex kontrollieren Drei Clanner sind doch in Ordnung Drei Clanner sind in Ordnung Perfekt Die Clanner sind ja... Asi... I'm... Sind die Stimmen jetzt weg eigentlich? Moment... Dann mache ich jetzt still Blabbert mal weiter Hier blabbern... Und das... Das, was ich am besten... Blabber... Ich fühl sich ne Verzögerung knocks Fahr nicht weg. Daher werden die wahrscheinlich eh nix ver- So schnell wie das geht, ja. Ich denke mal, die zwei Minuten werden ja eh nix geholfen haben. Eben, wir wissen gar nicht, dass wir streamen, denk ich, also warum sollte man da gucken, sowas. Hier war doch vorhin jemand im TS, da stand's drin. Ach, ich bin total nervös. Müsste nicht sein. Naja, schlechter als letztes eben kann's nicht laufen. Das war jetzt nicht aufbauend. Ihr seid Husan, ich gewinn eigentlich immer. Richtig. Also einmal ist kein Mann, das heißt, es ist jetzt wieder unser erstes. So, viel Glück Jungs. Danke. Auch schon mal vor. So. 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 Baumkrow, bravo Hau die UAVs raus, Jungs UAV draußen Lies auf, C Beistehen bei B4 hinter den Gebäuden und bewegen sich nicht Oh du... Alter Schwede ey Der Block Wie schnell schießen die haben denn den rechten Torso raus ey Mottgruber links von dir New Target Acquired New Target Acquired Leute UAV hoch New Target Acquired Das ist jetzt irgendwie deprimierend Ja Danke. 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 Ist das normal? Doch. Cameron sehe ich jetzt. Streamst du nicht mehr? Eigentlich Neid, oder? Ja. Was ist das mit dem Highlander, hm? So. Danke. Vielen Dank. Okay, wir gewinnen das einfach, würde ich sagen. Hat irgendjemand Screenshots gemacht? Können wir? Mein Game ist aufgestürzt. Reaktor, online. Sensors, online. Weapons, online. All systems, nominal. All systems, online. Ich bin drin. Okay. Ready? Ich bin da. Okay. Okay. Ich muss den Muff so ein bisschen im Auge behalten. Der hängt nämlich jetzt ganz hinten. Er ist unten. Kontakte. Zwei. Die kommen über C3. Kontakt C3. Alle Mann. Puschen über die Ridge beim. Die C4 hat eh erst geschaut. Die stürmen über B4, da ist der Rest. Oh, der Zwischengang ist übel. Kataphrakt 4X im Center. Sehr gut. Eko ist tot. Eko ist down. Neue Target acquired. Left Torso, critical damage. Left. Pylinder sind im Zwischengang bei B4. Kommt gerade auf uns zu. Eko ist tot. Eilender fast tot. New Target acquired. Heat level critical. Stormcrow Gustav im Center crit. New Target acquired. Highlander ist down Ich bin down Noch mal eine UAV hoch, wenn ihr habt Oh, ich bin dort F-Shadowhawk Centert euch Timberwolf Centert durch Alles was Torso ist, hilft beim Timberwolf Timberwolf tot Shadowhawk ist im Center durch Sehr schön, nein, override, override, override Nice Super Ja, sehr schön Sauber Hitten hatte ich noch Panzer und das war gut Mein Stream ist ausgestiegen Ich weiß nicht, ob es an dir liegt oder an mir Meiner läuft noch So, Drop 64 Setze ich aus Ich möchte auch Gute Leute gebrochen Einladung Glückwunsch, Jungs Klasse gemacht Habt ihr einen Screenshot? War jetzt auch wichtig Ich fahre alles auf Ich Pudelhutze Mhm Was fährst du jetzt? Ja Wärst du den Hogan, Daniel, oder fahre ich den Hogan? Fahr du mal Hogan MP Invite In den Collective MP Invite Ähm Ihr möchtet, dass ich einen A-Team mitnehme, ne? Ich hab grad oben gebaut auf A-T Ich glaub, ich brauch eigentlich den C-Shot etwas drinnen Ja, Tito Ja, Tito Wie viele Sorts sind dabei? Zwei Also ich bin im Hogan Habt ihr eben den Highlander verloren? Haben wir den Highlander verloren? Ja Ja Moment mal Finde ich nicht Es ist halt auch einfach ein Kack-Mech Gräm dich nicht Naja, sagen wir so Würdest du noch die Gruppen irgendwie anders einteilen? Oder soll das so bleiben? Durften wir zwei Kingcrabs mitnehmen? Und Schlimpi, was hast du drinnen außer die vier Ultra-AKs? Voll Mediums Naja Toi, toi, toi User left your channel Genau Hier hätte man eigentlich fast überlegen können, ob man nicht Vektoren nimmt als A-Souls Genau Du hast einfach nicht genug Feuerpower in den Dingen Oh, so ein Dragon's Slayer Ja, der 30er Alpha ist schon mächtig Ja, 30er Alpha in eine Zone Wollst du eventuell den Griffin noch gegen den Hellbring austauschen? Überhaupt so viele Heavy Slots Achso, so meinst du das Okay Wo geht's hin? Ja Was hast du denn da für ein Triebwerk drin? Die Schlimpi 350er 350er, XL oder? Ja Das sollten wir auch tun Oh, so lange sind wir nur auch nicht Unterschätzt die Geschwindigkeit der Crapnel Da hat Zelle unter den Neckern Oder wie nennt man auch das dicke Tier mit Brüssel Die anderen sind so schnell Ja 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 Das ist alles Ja Ja Das ist alles Ja Diese Artillerie strike online Kontakt Kontakt ist ein raven gewesen wahrscheinlich hagen die schweren entdeckt sind in c3 auf dem dach moment mindestens zwei wartet kurz zeig euch was signal kommt runter c3 da stehen die oben drauf im c2 was wir bei euch an der schluss verloren immer noch immer noch zwei stück da steht ein direwolf auf dem dach kann er nicht ein kleiner mal eine art hier drauf setzen das habe ich leider nicht dabei gehabt seismic bei c2 ist mir das der firestarter oder der raven sei da hat vier kontakte, seismic hoff ich weiße arti ging daneben arti auf dem dach vorsicht bei c2 links um die ecke da stehen sie aufgereiht 23 max c2 um die ecke werseismic hat sieht sie kommen langsam auf uns zu sind schwere jungs da jetzt mal seht ihr sie er steht sehr gut meiner ging nämlich richtig schön daneben new target acquired fuck arti obendrauf arti jungs fuel at 25% fuel at 0% ich habe sehen ein paar artis auf die auf die dinge setzen können wir werden wir stehen bleiben überrollen die uns gleich die kommen ganz langsam näher richtung wohin vergiss nicht dass wir die client voraus lasst uns versuchen selbst wenn da von einer da geht sagt bescheid wenn ihr soweit seid ich laufe vor ok new target acquired fuel at 25% new target acquired new target acquired new target acquired hm ah new target acquired ja episch in die hose der dire ist im center durch ja das war's kein schaden gemacht hm bin down das war mal richtig schlecht jup die standen einfach besser ja ungünstige position na aua zu null wenn es etwas so ist es egal ob wir jetzt irgendwie alle verlieren noch oder da ach ach so muss noch niemand ausgetauscht werden und gegen ich musste auch wieder eingeladen werden User joined your channel Boo Fine User left your channel User joined your channel User joined your channel влад lmx fern 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 fo fern not fern Okay, noch einmal stimmelt, noch einmal dringend. Ich werde das aber nochmal ändern. Ich nehme den Coole Shot mit. Ich nehme tatsächlich diesen. Bei 4 Assaults. 3 Assaults. Ich habe auch in den Game Settings nichts gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt frei. Okay. Da ist ein ECM rein, das heißt da sind Zwischengangen. Oh, was? Kann jemand in der Auge behalten? Was war... War jemand E6 noch ein bisschen im Auge? Ja. Ich habe Low-Signal in C5. Seht ihr, wo ich stehe? Ja. Ich habe einen Kontakt. Der scheint oben drauf oder genau dahinter zu sein, aber es ist nur einer. Es ist nicht nur einer. Es bewegt sich nur einer. Aber das UAV sieht nichts. Ja, das kann ich hinter... Ach, hier stehen hinter C5. Da hast du den Laser gesehen. Ich brauche mal zu spät. Ja. 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 User left your channel. Also die sehen die ist das weh in die Richtung hingegen. Der Hagen oben auf dem Wald ist D7 ist frei. Hat kein Hagen, das ist ein 2x denk ich. So, mit 3 Ladschläserrütter. Ne, der hat kein EZM. Der hatte definitiv kein EZM. Ich hab ja gesagt 2x. Meine Güte. Nichts zu sehen. Neue Target acquired. Die wissen jetzt, dass wir kommen. Wenn ich ihn aufschalten konnte, konnte er mich auch aufschalten. 743 Meter. Wo stehen die da? In B7 hinten? Ja, bis jetzt ja. Nur der Kleine. Es ist wirklich nur der Kleine. Das heißt, achtet mal bitte jemand auf unseren Rücken. Nicht, dass der uns nur ablenken soll. Und noch einer oben auf der Mauer, C6. E6. Da ist er. Target acquired. Long Range, Long Range. Vorsicht. Okay. Target acquired. V6. Von Kontakt. B5. 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 Rücken. I have a treu. Nur da ist ein freien. B5. Acquired. Da hinten war bei P5 ja der Firestarter. Der Firestarter kommt, ist quasi über uns. Vielleicht eine AT. Raven ist auch über uns. Vorsicht Cameron, Vorsicht Cameron, die sind gleich hinter dir. Low signal. Können wir uns gerade schon vorbearbeiten? Ja. Da stehen sie um die Ecke. Das ist doch klar. Ja, da um die Ecke. Wenn wir da rumgehen, dann... Wir wollen es jetzt so machen wie vorhin. Einfach, dass wir reistürmen. Das brauchen wir nicht. Aber mit Artillerie. Gut, wir haben noch acht Minuten. Oh, der Raven geht ein Held auf den Sack. Ohne Scheiße. Stellt euch mal hier an die Wand, oder? Ähm... Ähm... Ohne Scheiße. Wir stehen ja relativ weit vorne. Warum seid ihr alle da so weit hinten? Äh, Flimpy, wo willst du hin? Raven ist jetzt bis nach C6 gelaufen Es ist auf der anderen Maul, Richtung C6 Oh, sie rückten vorhin. Ja, das ist bloß ein Firestarter Schaut nochmal Der, der hat ein Bein oder mein Gehört, der raucht halt Da kommt noch was, Dyerwolf kommt hinterher Dyerwolf kommt Odel weit zurück Stehe ich schlecht? Samon Jemand kann man, ich stehe schlecht Ja, du läufst die ganze Zeit durch mein Feuerfeld Der kann schlechter treffen als ich Rudel, pass auf Die wissen, dass du schaust Wir kommen da ein bisschen an der Wand lang vielleicht zurück Und zu dritt mindestens Artie an der Ecke direkt Das ist doch kein Thema, ich stehe weit genug weg Das ist wie Das ist ein Erstschreck Vielleicht sollten unsere Lights versuchen Können sie raufgehen und vielleicht den Raven da runterjagen Aber bisslerweiler Ich kann da nicht von hier hin Kann sein, dass sie gleich stirben Pudel Ich habe mich in letzter Zeit sehr erfolgreich gemacht Er bedenkt bitte noch den Den Raven da oben Ja, ach, whatever Ich lasse Bekloppt Okay Lass mich vorlaufen Egal ob ich down gehe Ich lenke immerhin das Feuer auf mich Okay Ihr müsst anlaufen Ich laufe los Das ist kein Thema Ach, macht hin Macht ein Artillerie Und los Ich bin down, okay Der kann so gut tanken Okay Das kann doch das sein Ich hätte er noch gehabt Ja, es ist halt einfach Ja, es ist halt einfach Ja, es ist halt einfach Das war's, ne? Fertig? Mhm Sorry, Jungs Sorry, Jungs Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017